In diesem Video möchte ich Ihnen gerne aufzeigen, was die Anforderungen sind, die an eine Bußgeldbescheidklausur gestellt werden und dann auch die Eigenheiten eines Bußgeldbescheids darlegen, die dieser gegenüber der Ordnungsverfügung hat. Das heißt, einerseits geht es darum, wie bringen Sie in einer Klausur den Bußgeldbescheid unter und zweitens, wie wird ein solcher dann erstellt, durchaus auch mit Bezug auf die Praxis. Zunächst einmal hier eine Beispielklausur aus dem vergangenen Jahr 2019. Wir haben herkömmlich typischerweise das Ordnungswidrigkeitenrecht durch Zusatzfragen abgebildet. Das heißt, in der Hauptsache war eine Ordnungsverfügung zu erstellen. Und dann gab es die ordnungswidrigkeitlichen Aspekte des Falls durch eine Zusatzfrage zu bearbeiten. Wir sind dazu übergegangen, auch explizite Bußgeldbescheidklausuren zu erstellen. Und hier ist ein Beispiel dafür. Sie haben hier einen Aktenvorgang, also keinen aufbereiteten Sachverhalt, sondern ein mehrseitiges Dokument, ein Aktenauszug mit Anhörungsschreiben, mit Vermerken, mit Stellungnahme im Anhörungsverfahren. Und letztlich gab es dann hier mehrere Aufgaben. Die erste war, fertigen Sie bitte den zu erlassenden Bußgeldbescheid. Er muss praxisgerecht und vollständig sein, inklusiv Kostenentscheidung. Und dann zusätzlich der Hinweis, dass ein Vermerk zu erstellen ist für solche Dinge, die nicht in dem Bescheid selber formuliert werden, die aber lösungsrelevant sind. Das ist typisch, weil ein Bußgeldbescheid relativ begründungsarm ist und eher so das Ergebnis der Falllösung sozusagen beinhaltet. Bietet es sich da an, was aber in diesen Klausuren sowieso der Fall ist, dass man noch einen zusätzlichen Vermerk macht. Sie sehen, dass dann unter den Bearbeitungshinweisen hier die nötigen Sachverhaltsangaben sind, inklusiv der Bankverbindung und so weiter. Es gab dann der Vollständigkeit halber hier noch Zusatzfragen, die sich dann auf das Ordnungsrecht beziehen. Zum Beispiel hier die Aufgabe 3, ob man zusätzlich auch eine Ordnungsverfügung erlassen werden könnte, worauf die sich dann wiederum beziehen dürfte. Das ist hier jetzt ein Beispiel für so eine Bußgeldklausur. Was ist das, was in der Klausur dann erwartet wird? Sie sehen von der Gewichtung, die hier angegeben war, das muss man nicht angeben, war das bei 70% dieser Bußgeldbescheid. Ich würde meinen, es geht um zwei Dinge, die man jetzt erwartet. Das eine sind natürlich die Formalia. Das ist ohnehin in der Bescheidtechnik so, dass wir ja die Bescheidtechnik, also die handwerkliche Fähigkeit, einen Bescheid zu erstellen, abprüfen wollen. Und das ist beim Bußgeldbescheid vielleicht noch ausgeprägter als bei der Ordnungsverfügung, weil der noch hochgradiger formalisiert ist. Das heißt, was Sie da bieten müssen, ist tatsächlich, dass Sie den § 66, 67 UWIC handhaben können, also nicht nur kennen, der ist ja im Grunde eine Bedienungsanleitung für einen Bußgeldbescheid, aber Sie müssen das dann halt auch umsetzen können für den einzelnen Fall. Das ist sicherlich ein hoher Anteil der Bewertung, dass das alles korrekt umgesetzt wird. Und zum anderen spielt aber natürlich auch das materielle Recht eine Rolle. Im Unterschied zu einer Ordnungsverfügung, wo man ihre Rechtsanwendung aus der Begründung im Wesentlichen entnimmt, die dann auch eine ordnungsgemäße bestimmte Tenurierung trägt, geht es beim Bußgeldbescheid natürlich deutlich weniger um die Begründung. Aber gleichwohl erkennt man ja darin, wie Sie die entsprechenden Tatbestände benennen und den Normbezug herstellen, ob Sie das richtig angewandt haben oder nicht. Es ist durchaus denkbar, dass man auch ein Gutachten mit einem Bußgeldbescheid verknüpft, also ein Gutachten, in dem Sie zunächst mal die ordnungswidrigkeitenrechtliche Beurteilung vornehmen, im Gutachtenstil und dann in einem Bußgeldbescheid das entsprechend bescheidtechnisch umsetzen. Das heißt also, zwei Dinge sind zu leisten von Ihnen. Das eine die korrekte Technik der Erstellung eines Bußgeldbescheids, zum anderen die korrekte materialrechtliche Bewertung des Falls und auch formellrechtliche, sofern gefragt, anhand des Ordnungswidrigkeitenrechts beziehungsweise der Bußgeldtatbestände aus dem jeweiligen Fachrecht, das hier angewandt wird. Das Zweite möchte ich in diesem Video nicht bearbeiten. Das heißt, es geht jetzt nicht um die Anwendung des Ordnungswidrigkeitenrechts, um Bußgeldtatbestände und so weiter, sondern was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist, wie Sie die Bescheidtechnik in den Griff kriegen, wie Sie einen guten Bußgeldbescheid technisch erstellen, für die Klausur, aber auch für die Praxis. Ich ziehe da heran ein Muster, was der Kollege Bode erstellt hat, was sehr gelungen ist und ich mit seiner Zustimmung auch hier verwende. Und ich möchte Ihnen die Eigenheiten aufzeigen, die der Bußgeldbescheid gegenüber der Ordnungsverfügung hat. Das heißt, ich unterstelle, dass Sie die Bescheidtechnik an sich beherrschen. Das Einzelne ist Gegenstand der Videoreihe gewesen, die ich gemacht habe, dass Sie auch wissen, wie eine Ordnungsverfügung zu erstellen ist. Und daran anknüpfend möchte ich jetzt zeigen, was bei einem Bußgeldbescheid anders ist, was seine Eigenheiten sind. Manches ist identisch. Und dann gibt es ein paar Besonderheiten nochmal. Bitte verinnerlichen Sie, wie der Paragraf 66, der da wirklich so eine Anleitung ist, wie der umzusetzen ist, dass Sie das in der Klausur dann sich nicht großartig mehr entwickeln müssen, sondern das mehr oder weniger aus dem Stand dann auch umsetzen können. Einiges kann man tatsächlich auch auswendig lernen oder sich so zurechtlegen. Ich möchte das jetzt in drei Schritten machen. Der erste Schritt ist der Bescheidkopf und der Einstieg. Der zweite Schritt ist das Inhaltliche, was wir bei der Ordnungsverfügung, Tenorierung und Begründung, a, Sachverhalt, b, rechtliche Gründe nennen würden. Und das dritte ist dann der Abspann mit der Rechtsbehelfsbelehrung und so weiter. Der Bescheidkopf und Einstieg ist, wie wir es aus der Bescheidtechnik kennen, hochgradig formalisiert. Natürlich müssen Sie auch hier wieder sauber arbeiten. Die Daten der Behörde übertragen in Ihren Bescheid, die in den Bearbeitungshinweisen angegeben sind. Und es gibt hier im Wesentlichen zwei Besonderheiten, auf die Sie zu achten haben. Das eine ist, oder drei, das eine ist, ein Bußgeldbescheid ist immer zuzustellen. Wir haben das bei der Ordnungsverfügung ja so. Wenn da eine Zwangsmitteländerung ist, dann müssen wir zustellen. Wir können natürlich auch ansonsten gewillkürt zustellen. Beim Bußgeldbescheid ist es zwingend. Deswegen ist auch der Zustellungsvermerk anzubringen. Zweitens verlangt der 66 OWIG, dass die Daten des Betroffenen anzugeben sind. Wir haben also zum einen den Betroffenen im Adressfeld in der Regel. Es sei denn, Bekanntgabe und Inhaltsadressat fallen auseinander. Stichwort Bevollmächtigter zum Beispiel. Zum anderen und zwingend haben wir aber eine eigene Station, wo wir die persönlichen Daten des Betroffenen aufführen müssen. Und des Weiteren schreibt der 66 auch vor, dass der Verteidiger zu nennen ist. Der Verteidiger, sofern er vorhanden ist. Sie sollten aber da auf jeden Fall auch eine Station für vorsehen. Und wenn es keinen Verteidiger gibt, machen Sie halt einen Strich, wie das hier angezeigt ist. Sie sehen, im Grunde vertrautes Terrain. Aber aus dem 66 ergeben sich schon ein paar Besonderheiten, die man jetzt hier einfach abbilden muss. Dann würden wir, wenn wir den Bescheid Kopf und Einstieg jetzt verlassen, würden wir bei einer Ordnungsverfügung normalerweise den Aufbau haben. Erst tenorieren wir. Dann kommt die Begründung in zwei Schritten. Erstens Sachverhalt, dann rechtliche Gründe. Das ist beim Bußgeldbescheid anders. Auch da ist der 66 wieder eine Anleitung. Wir haben im Grunde, wenn wir diese Komponenten der Ordnungsverfügung übernehmen wollen, die Reihenfolge Sachverhalt gründet tenor. Das ist aber nicht ganz exakt. Deswegen verwende ich jetzt im Folgenden die Begriffe, die der 66 verwendet. Das erste, was wir machen nach der Anrede, Sie können sich dann den Moderationssatz zurechtlegen. Nach meinen Feststellungen haben Sie folgende Ordnungswidrigkeiten begangen. Doppelpunkt folgt die Bezeichnung der Tat, der Zeit und des Ortes. Das ist das, was als erstes in dem Bescheid geschieht, so wie im 66 auch vorgesehen. Das heißt, Sie haben den Aktenauszug oder den Sachverhalt als Grundlage. Sie ziehen dort das Sachverhaltsgeschehen nach Tat, Zeit und Ort heraus und schreiben das kompakt, aber vollständig hier auf. Danach können Sie sich auch wieder diese Überleitungsfloskel zurechtlegen. Ordnungswidrig handelt, wer. Und dann sind dort zwei rechtliche Wertungen enthalten. Nämlich einmal eine Aussage zum subjektiven Tatbestand, das heißt vorsätzlich oder fahrlässig, je nachdem, wofür Sie sich da entscheiden, also was vorliegt. Und zweitens eine Aussage zur Tateinheit oder Tatmehrheit, nämlich durch dieselbe Handlung oder durch mehrere Handlungen. Das heißt, hier ist jetzt die rechtliche Wertung dessen, was Sie zuvor sachverhaltlich geschildert haben. Und im O-Ton des Paragrafen 66 ist das, was Sie jetzt hier aufschreiben, erstens die gesetzlichen Merkmale der Ordnungswidrigkeit. Das heißt, Sie gehen auf die Ordnungswidrigkeiten Tatbestände ein, nennen den jeweiligen Bußgeldtatbestand, nennen die jeweilige Norm, geben die Tatbestandsmerkmale wieder, die hier einschlägig sind, und skizzieren damit kompakt und, wenn man so will, grob, aber zutreffend und schon exakt die Ordnungswidrigkeiten Tatbestände, die verwirklicht wurden. Sie beziehen das auf die Sachverhaltskomplexe, die Sie vorher dargestellt haben. Also wenn Sie zwei Sachverhalts-Teile geschildert haben, dann haben Sie hier auch die entsprechende Zuordnung zu den Ordnungswidrigkeiten Tatbeständen. Und dann kommt als nächster Schritt die Nennung der angewandten Bußgeldvorschriften. Die haben Sie im Grunde genommen vorher schon genannt, aber machen das hier als vollständige Paragrafenketten und ohne noch mal auf die Tatbestandsmerkmale einzugehen, sondern wirklich nur diese Normverweise wieder zugeordnet auf die jeweiligen Tathandlungen. Und drittens, was dann jetzt auch noch geschieht, was der 66 auch vorsieht, ist, dass Sie die Beweismittel nennen. Das könnte man auch im Anschluss an die eher Sachverhaltsstation machen, aber üblich ist dieser Aufbau. Und dann kommt das, was in einer Ordnungsverfügung vorangestanden hätte, nämlich die Tenorierung in Form der Festsetzung der Geldbußen und soweit Sie das machen, der Nebenfolgen. Das ist also dann der Tenor. Und auch hier können Sie sich die Formulierung zurechtlegen. Ich setze wegen Ihrer Verstöße und so weiter die nachfolgende Geldbuße fest. Es geht hier nicht darum, dass Sie das begründen, sondern es geht um die Festsetzung. Generell sagt ja der 66.3, dass es eine weitergehende Begründung über das, was das Gesetz hier jetzt vorschreibt und was wir in dem jetzt abgebildet haben, dass eine weitergehende Begründung nicht erforderlich ist. Das könnte unter Umständen dann durch ein Gutachten abgefragt werden, durch eine separate Aufgabe oder es könnte in ein Vermerk einfließen, soweit das problematisch ist. Das muss man halt schauen, wie die Klausur an der Stelle designt ist und was die Aufgabenstellung vor allem von Ihnen verlangt. So, wir kommen dann zum Abschluss. Das ist hier die Rechtsbehelfsbelehrung, die Zahlungsaufforderung und der Hinweis auf die Erzwingungshaft. Die Rechtsbehelfsbelehrung formulieren Sie anhand von 67 OWIG. Im Grunde ist die Ihnen da in den Mund gelegt. Sie müssen sie nur adressatenbezogen umformulieren. Hier in diesem Muster, der Absatz 2, ist nicht zwingend vorgeschrieben. Wenn Sie das wollen, können Sie den auswendig lernen. Zahlungsaufforderung müssen Sie halt dann auch wieder anhand der Bearbeitungshinweise kompletieren. Dass es eine Zahlungsaufforderung geben muss, ergibt sich aus dem 66 2 ebenso der Hinweis auf die Erzwingungshaft. Auch das ist etwas, was man auswendig lernen kann. Und Sie sehen, zum Teil schreibt er sich von selbst, aber natürlich hat der Mittelteil, wo es um die Ergebnisse der Rechtsanwendung der Bußgeldtatbestände und des OWIG geht, der hat es natürlich rechtlich schon in sich. Und da kann man natürlich aus dem, was Sie dort schreiben, entnehmen, ob Sie das Ordnungswidrigkeitenrecht korrekt angewandt haben oder nicht. Letztlich haben Sie dann hier ein Beispiel für ein Vermerk. Sie können, wie gesagt, eine zusätzliche Begründung machen, müssen das rechtlich aber nicht. Hier gab es jetzt die Frage, war hier eine Rechtfertigung durch Notstand vielleicht gegeben? Dazu kann man dann im Vermerk Stellung nehmen. Ein Vermerk ist ein Ergebnisvermerk mehr oder weniger. Also Ergebnis ist vielleicht ein bisschen wenig, aber es ist jedenfalls kein Gutachten. Und es ist in einem Vermerk nur erforderlich, dass der wesentliche rechtliche Gedankengang erkennbar ist, den Sie hier angewandt haben. Ja, das ist das, was in einem Bußgeldbescheid zu leisten ist. Nochmal, ich lege Ihnen ans Herz, dass Sie sich den 66 mal zurechtlegen und anhand eines solchen Musters und eines Falls das wirklich auch einmal durchspielen, einmal anwenden, die Dinge, die auswendig abzurufen sind, auch dann drauf haben, aber auch sicher sind in der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Und natürlich im Hintergrund und als Fundament muss das Ordnungswidrigkeitenrecht beherrscht werden. Das war jetzt nicht mein Thema. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit einem Bußgeldbescheid.